Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist unser neues Starter Set N-Cube Kork. Das würde ich euch ganz gerne mal vorstellen. Dieses Starter Set ist gerade mit diesen vorgefertigten Kammerengängen für viele Ameisenarten geeignet. Besonders natürlich für Arten, die jetzt im Kork leben oder halt im Totholz bzw. im Morschenholz. Kork ist chemisch neutral. Das heißt, das Material selber reagiert auch nicht mit anderen Stoffen. Das heißt, es ist auch Wasser- oder Feuchtigkeitsundurchlässig in dem Sinne. Es gibt natürlich schon so einen Verrottungsprozess nach einer gewissen Zeit. Der entsteht aber dadurch aufgrund der Feuchte in dem Material. Also Kork selber ist vom Material her so, dass es nicht sehr anfällig für Pilz und Schimmel ist, weil die Oberfläche bietet den Pilzen und Schimmelpilzen usw. halt auch keinen Nährboden. Aber wenn das ganze Material dauerfeucht ist, also nach einer gewissen Zeit, dann kann natürlich ein Fäulnisprozess eintreten. Das ist nicht sehr stark oder das Risiko ist da nicht sehr hoch, da Kork verschiedene Stoffe noch mal beinhaltet. Das sind zum Beispiel Tannin oder so ein Eiweißmangel, so dass dieser halt nicht so anfällig ist gegen Fäulnis. Also wenn Schimmel entsteht, dann liegt es halt häufig daran, dass das Nest verunreinigt ist durch Futterreste, Exkremente, verstorbene Tiere, die Tiere ablegen plus Feuchtigkeit. Also wenn das Ganze dann natürlich auch eine gewisse Feuchtigkeit hat. Zunächst einmal haben wir hier die Ameisen-Arena. Die dient dazu, dass die Tiere sich hier dementsprechend mit Nahrung versorgen können oder auch mit Wasser, aber sie können halt auch ihre Abfälle herausbringen. Das Ganze ist versehen hier noch mit einem Ausbruchschutzrahmen. Da wird von unten bestrichen, hier noch mit einem Ausbruchschutz. Dann haben wir hier noch eine Abdeckung. Hier sind noch mal solche Bohrungen enthalten, wo wir dann die Möglichkeit haben, solche Stopfen oder Gitter-Einsätze noch mal zu platzieren, also für die optimale Belüftung. Das Ganze kommt dann halt oben rauf. Dann haben wir hier noch die Ameisen-Farm. Also wir verwenden hier eine Ameisen-Farm, Größe L, das ist 20 mm Plattenabstand, mal 20 x 20 cm, so von der Größe, wo später dann das Korknest noch hineinkommt. Das Ganze wird verbunden hier mit so einem transparenten Schlauch und so einem Beckenschlauchverbinder. Dann haben wir hier noch so einen Bodengrund, Sand, Lehm. Der ist dann nachher dafür gedacht, dass wir hier das Ganze hier befüllen, dass die Arena einfach so eine kleine Bodenschicht noch mal hat, damit das Ganze nicht so nackt ist. Und wir können dieses Substrat halt auch verwenden, um zum Beispiel in diesem Korknest hier vereinzelt noch mal so Kammern oder so Zugänge zu verschließen. Da komme ich später noch mal drauf zu. Natürlich könnte man dieses Substrat auch dafür verwenden, dass wir hier diese Ameisen-Farm befüllen. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache beim Start-Set, sondern wir wollen ja das Korknest verwenden. An sich sind Ameisen auch wirklich sehr saubere Tiere, die ihre Abfälle aus dem Nest heraustragen. Aber trotzdem kann es mir vorkommen, dass die Tiere ihre Abfälle im Nest platzieren. Gerade bei kleinen Kolonien, die in einem zu großen Nest leben, kann sowas häufig vorkommen. Um hier die Abfallbildung zu minimieren, sollten halt bei fertigen Nestsystemen den Tieren zunächst einmal nur ein kleiner Bereich angeboten werden. Die Zugänge zu den anderen Kammern können mit passendem Bodensubstrat versperrt werden, sodass die Tiere erst mit dem Wachstum der Kolonie die anderen Kammern und Gänge öffnen und dann für sich nutzen. Ja, dann haben wir noch weiteres Zubehör. Das ist hier einmal so ein Thermo-Hykrometer in so einem Display mit drin, was in einem Rahmen geklebt wird. Das Ausbruchsschutzöl. Zum Auftragen des Ausbruchsschutzöl haben wir hier noch so ein Schwamm. Das ist ganz praktisch, um das Ganze nur aufzutragen. Passendes Futtermittel. Wir haben hier noch eine Tränke, einen Futterspender, das Korknest, eine rote Abdeckfolio, damit die Tiere so ein Untertagegefühl dann bekommen. Wir haben eine Lupe, eine Federstahlpinkzette zum Greifen der Tiere, eine harte Pinkzette, also zum Greifen feste Objekte, Abfallreste oder andere Sachen, die vielleicht in der Farm stören oder in der Arena. Und zu guter Letzt haben wir hier noch eine Pipette zum Befeuchten der Anlage. Wenn ihr aber Arten habt, die sie etwas feuchter mögen, dann solltet ihr die Befeuchtung von oben durchführen. Das heißt, wir haben hier seitlich noch diese Buchse, da können wir hier diese Gitterkappe entfernen. Dann geht man mit der Pipette rein, gibt ein paar Tropfen Wasser halt ab. Man muss natürlich wissen, Kork selber speichert ja nicht das Wasser. Es nimmt ja nicht das Wasser auf, aber es sammelt sich zwischen den Poren beziehungsweise oder es fließt halt gleich nach unten durch. Also man sorgt eher für eine hohe Luftfeuchtigkeit. Das Nest selber darf aber nicht im Wasser stehen. Das ist also auf jeden Fall zu beachten. Sollte es doch mal passieren, wir haben hier seitlich unten nochmal hier diese Öffnung, darüber kann man notfalls zu viel Wasser auch nochmal entfernen. Aber sonst haben wir natürlich die Gefahr des vollen Nesses. Zunächst einmal befüllen wir die Arena mit dem Bodengrund Sandlehm. Dabei ist zu beachten, dass wir halt wirklich nur so eine hauchdünne Schicht von ein bis zwei Millimeter einfüllen. Bei zu viel Bodengrund, also wenn wir es zu hoch einfüllen, besteht die Gefahr, dass die Tiere sich halt in die Arena eingraben und nicht in die dafür vorgesehene Farm beziehungsweise Nestbereich. Jetzt setze ich das Korknest in die Farm ein. Dann verschrauben wir den Beckenschlauchverbinder mit der Arena. Dann wird der Schlauch dort eingesteckt und mit der Würgeschraube vorne fest verschraubt. So, jetzt schieben wir einfach das Schlauchende in die Buchse der Farm, um diese damit zu verbinden. Mit der 16 Millimeter Gitterkappe und den 27 Millimeter Stopfen verschließen wir die noch vorhandenen Öffnungen hier in der Farm und in der Arena. Da bei dauerhafter Feuchtigkeit der Kork oder im Kork so ein Fäulnisprozess entsteht, wäre vielleicht zu empfehlen, dass überwiegend Arten hier drin gehalten werden, die aus trockenen Regionen kommen. Es können ja auch Arten aus feuchten Habitaten gehalten werden. Fäulnis an sich ist für die meisten Arten ja auch kein Problem. Also er ist auch nicht gefährlich. Es ist ein normaler Prozess. Denn auch unsere Arten hier aus Nord- und Mitteleuropa, wie zum Beispiel die Camponotus herkulianus oder Lasius pruneus, Formica fusca, die leben ja auch bei uns im Wald in diesem morschen Holz, was ja auch eigentlich ein Fäulnisprozess ist. Insofern ist es halt für die Tiere nicht schlimm. So, nun befüllen wir die Tränke mit Wasser und ich gebe etwas Futter in den Futterspender. Diesen platziere ich dann in den vorderen Bereich der Arena. So kann ich am besten kontrollieren, ob die Tränke leer ist, genug Futter vorhanden ist oder der Futterspender eventuell gereinigt werden muss. Wenn die Arena hier soweit fertig eingerichtet ist, befestige ich das Thermohygrometer an der Rahmenunterseite. Dazu löse ich die Schutzfolie an der Klebefläche. Achtet darauf, dass das Thermohygrometer an der Rahmeninnenseite, nicht an der Außenkante befestigt. Sonst passt der Rahmen nicht mehr in die Arena. Achtet darauf, es gibt wirklich nur einen Klebeversuch, da der Kleber extrem gut hält und schwer abzulösen ist. Den Rahmen bestreichen wir jetzt mit einem Ausbruchsschutzöl. Dazu kann man wunderbar hier unseren mitgelieferten Schwamm verwenden. Oder ihr nehmt natürlich ein Haushaltstuch oder könnt es auch mit dem Finger auftragen. Wichtig ist wirklich nur einen Dünnfilm auftragen. Nun setzen wir den Rahmen auf dem kubierten Rand der Arena auf. Schaut nochmal, ob wirklich alles dicht abschließt. Theoretisch wäre die Anlage jetzt schon sicher, da die Tiere nicht entweichen können. Um ganz sicher zu gehen, haben wir hier noch eine Glasabdeckung, bei der zwei austauschbare Einsätze eingesteckt werden können. Der Gitereinsatz sorgt hier für einen guten Luftaustausch. Ja, jetzt haben wir die Anlage soweit fertig aufgebaut. Alles ist miteinander verbunden. Jetzt können wir die Kolonie einsetzen. Ich wahrscheinlich noch den Tafel Und dann können wir das bei der Anlage das ist mit dem Kub. Und dann kann ich das bei der Anlage es sich damit einen betrachten. Und dann kann ich das bei dem Kub. Und dann kann ich das bei der Anlage es sich damit um die Kub. Und dann kann ich das bei der Anlage auch noch einmal nachdenken. Zum Abschluss vielleicht nochmal der Hinweis, dass die Tiere nach einer gewissen Zeit, also wenn sie größer wird, die Kolonie, dass sie dann hier aus diesem Korkmaterial auch Stücke herausbeißen. Das heißt, sie können diese Anlage auch nach eigenen Bedürfnissen später dann nochmal gestalten. Das Material selber, das ist so ein Naturkork, was dann so gepresst ist, was dann wiederum mit so einem Harz verleimt ist. Das ist aber für die Tiere absolut ungefährlich, beziehungsweise auch nicht giftig. Ich hoffe, das Video war für euch hilfreich und interessant. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.